Hi Leute, nun möchte ich euch die Diamond Saturn Batterie vorstellen, die ich bei Centershop 499 erworben habe. Es handelt sich hierbei um eine Batterie mit 25 Schuss im Kaliber ca. 25 mm. Zum Design wieder sehr sehr schön, wie ich finde und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Batterie haltet. Viel Spaß nun mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.